Hallo Leute, auch heute geht es mal wieder damit weiter, dass wir uns in die Mittwochnachts-Spezial-Stage wappen, um alle Affen zu fangen. Uns fehlen hier sieben Stück, wie man sieht. Das heißt natürlich mal wieder, dass ich mehr machen muss, als nur diesen Geheimraum zu finden. Was aber ab jetzt sowieso normal ist. Von daher... Sucks to be me. Sozusagen. Heißt einfach nur, die Stages muss ich jetzt alle gründlichst absuchen. Macht aber nichts. Kriegen wir auch hin. Zumindest endgültig das mal. Wenn wir das geschafft haben, sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter fürs Ende des Spiels. Ja, ha. Tut mir leid, ich bin gerade erst aufgestanden. Und ja, ich habe nichts Besseres zu tun, als dann aufzunehmen. Das ist doch wunderbar, was wir hier veranstalten. Und ja, ich sammle nicht mehr so viel Geld, aber... Das liegt daran, dass ich in der Zeit auch ein bisschen was erledigen möchte. Wenn ich hinterher noch kaufen muss, dann kaufe ich das. Auf Screen. Das war doch ziemlich faszinierend. Die nächsten Affen gibt's also erst maximal wieder in diesem Himmel-Wolkenreich! Toller Yokohu! So, Kicks! KICKS! Das ist, glaube ich, so was wie der Light-Slogan hier. Hauptsache KICKS! Was ist drin? Los, sagt's mir? Ach, in der Box? Aha, Gabriel! Ist das auch Gabriel? Nein! Ich kann damit nicht fliegen! Einfach einmal nach ganz oben. Bitte, danke. Ariel, okay. Da steht Gabriel. Gut, gut. Gut, habe ich ja auch gefangen. Das müsste der Affenraum sein. Ja. Sehr schön, den Affenraum haben wir auch schon mal gefunden. Was haben wir denn hier so für Equipmenter? Ja, vor allen Dingen haben wir Affen hier. Keil. Broflovski. Ja, nee, ist klar. Peter. Potter. Harry Potter. Oder wie oder was? Ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn ich da gegen hau. Außer nettes Klimbüm vielleicht. Keine Ahnung. Zack. Gut, okay. Der nächste, beziehungsweise der letzte Affe wird dann in diesem komischen, äh, ah, wie soll ich's benennen? Planetarium, Dingenskirchen, Rhabarberkuchen, Salat sein. So. Das ist es mir jetzt nicht wert. Da war es von Kicks bei, das habe ich genau gesehen, aber das ist es mir jetzt nicht wert, den da zu verfolgen. Ne, nicht wirklich. Ne, hätte ich klappen können. Ich bin extra zurückgegangen. Hm. Ja, okay, keine Ahnung, was soll ich hier tun? Hilfe? Ah. Ah. Na, aua. Verdammte Kacke hier. Ja, Centaurus. So, fertig. Geht doch. Godcharmann regelt eben Eilis auf die Godcharmann-Ture. Ja. So, wieder weitere sieben Affen gefangen. Sehr gut. Das heißt für mich, wieder in den Laden. Und um sicher zu gehen, dass ich nicht sterbe, Kekse kaufen. Ha. Keks. Sehr schön. Kekse. 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 White West Kilt. Aufregendes Fernsehstudio 2. Deledep, delep, del. Ja. Okay. Alles cool. Was ist das? Auf Tonic. Oh Gott, da muss ich ein bisschen Weihnachtsbaum. Ah. Ah. Wie viele fehlen denn? Fünf. Mal wieder. Dann ist, glaube ich, einer nur beim Weihnachtsbaum und die anderen sind beim Weihnachtsbaum. Also, wir haben ja zumindest, ähm, auf den seltsamen Bildern gesehen. Die einzigen Affen, die fehlen. Wobei, ja gut, jetzt ist doch der im nächsten Gebiet schon der nächste. Das ist natürlich auch faszinierend. Naja, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ja, dass es kalt ist. Nein, dass ich hier nicht lang gehen muss. Doch, nee, hä? Das erklär mir jetzt mal bitte einer. Ein Warp. Ach so. Ah, praktisch. Yo, Rudolf. Juhu. Viel besser. Bei einem dieser Geschenke wahrscheinlich ist es doch ein Affe oder was? Boah. So was hasse ich. Da ist sogar der Affe. Sehr gut. Oh, da war ein Leben drin. Das finde ich jetzt sehr geil. Okay. Na, wollte nur gucken, ob du noch irgendwas hast. Das war neun. Hm. Hm. Duft, dass die meisten Teile gerade mitten in der Wand drin waren. Na, geh auf. Absolut pure, rohe Männlichkeit, mit der ich diesen Elefanten getötet habe gerade. So. Gotchamon. Affi und Chami. Karat. Karat? Und Kapino. Okay. Ah, da waren eine Menge Geschenke, die ich eigentlich noch hätte kaputt machen können für Geld, aber egal. Warum sollte ich auch Geld sammeln? Pff. Gute Arbeit. Ich weiß. Ah, yeah. Ein Lob stinkt, aber... War eine wunderbare Arbeit von mir. Bestleistung, Bestleistung. Das hab ich sogar wieder neben. Ist natürlich auch faszinierend. Also spielen wir mal auf Hard-Mode und lassen einen Kick weg. Ja, damit ich direkt zwei Musik-CDs noch kann. Google Springer. Und der Starter Spaß 2. Okay. Gut, da ich für das nächste Level mal wieder wahrscheinlich nicht genug Zeit habe... Hört sich das aus. Ja, komm. Rennen wir schon mal dahin, wo wir hin müssen. Keine Ahnung, wo das ist, aber wir rennen da mal hin. Wusch. Sag ja. Wusch. Wie viel fehlenden acht Stück. Eieieiei. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieieieiei. Das ist natürlich... ganz toll. Guck. Okay. Na. Na. Soviel zu Hard-Mode. Da war der Keks. Keks. Na. 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 Werdr. Wir müssen fliegen schnell! Ha! 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 Halleluja! Autsch! Ist mir relativ egal! Ich kann dagegen dran wie ich will! Keks? Tatsache, ein Keks! Wow! Das hat funktioniert! Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das sieht mir aber verflucht nach A4 Ender Jones aus! Wow! Und geglitzer! Und alle Stütze ein! Sau genial! Was? Ich klatsche in die Hände Leute! Wir müssen fliehen! Schnell! Mumbo! Aha! Das war Usha! Sehr gut! Das war Usha! Und da hinten ist eine andere Affe! Sehr, sehr gut! Mit dem muss ich dann einen Cut machen! Äh, also! Jetzt! Ja! Okay, Leute! Wir sehen uns wieder, wenn ich den Affenraum suche! In der Affenhitze! Bis dahin! Auf Wiedersehen! Und tschüss!